Hans Finor 8. November 1966 in Potsdam war ein deutscher Film- und Theaterschauspieler, Leben und Werk. Finor, der im westpreußischen Rinneck einer kleinen Gemeinde im damaligen Landkreis Löbau geboren wurde, nahm Schauspielunterricht bei Hans Pepler und debütierte 1919 an einer Bühne in Heiligenweil. Es folgten Engagements an Bühnen in Königsberg, Gera, Wien, Mannheim und Leipzig. Von 1943 bis 1957 wirkte er als Darsteller und zeitweise auch als Schauspieldirektor am Staatsschauspiel Dresden mit. Ehe er als freiberuflicher Schauspieler arbeitete, Gastauftritte führten ihn damals auch an Westberliner Bühnen und nach Schwerin. Daneben war er auch politisch aktiv. So gehörte er beispielsweise als Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Kunst an und war Mitglied des Künstlerisch-Wissenschaftlichen Beirats im Ministerium für Kultur der DDR. Für seine Verdienste wurde Finor am 1. September 1951 durch die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten mit dem Professorentitel gewürdigt. 1954 erhielt er den Vaterländischen Verdienstorden. Neben seiner Theatertätigkeit spielte der Künstler auch in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen der DEFA und des Deutschen Fernsehfunkshalts Charakterdarsteller mit. So verkörperte er beispielsweise den alten Kammerdiener in Kurt Metzigs Kabale und Liebe oder den Werftschreiber Schröder in das Lied der Matrosen. Filmografie 1952 Das verurteilte Dorf 1952 Geheimakten soll Wei 1954 Ernst Thälmann Sohn seiner Klasse 1957 Schlösser und Karten 1957 Wo du hingehst 1958 Das Lied der Matrosen 1959 S.A.S. 181 antwortet nicht 1959 Tilmann Riemenschneider 1959 Kabale und Liebe 1960 Fünf Patronenhülsen 1961 Ein Sommertag macht keine Liebe 1962 1962 Das grüne Ungeheuer 1962 Tanz am Sonnabend Mord 1963 Sonntagsfahrer 1965 Solange Leben in mir ist 1965 Denk bloß nicht ich heule 1966 Die Söhne der großen Bären Theater 1947 Leonid Zolodzow Viktor Witkowitsch Der fröhliche Sünder Regie Albert Fischel 1950 William Shakespeare König Johann Regie Martin Hellberg 1951 Nikolai Pogodin Das Glockenspiel des Kreml Regie Martin Hellberg 1951 Nikolai Pogodin Missouri Walzer Regie Martin Hellberg 1952 Nikolai Pogodin Der Mann mit dem Gewehr Regie Guido Reif 1953 Friedrich Wolf Floridsdorf Regie Guido Reif 1954 Wesevo Ludwischnewski Das unvergessliche Jahr 1919 Regie Hannes Fischer 1955 Friedrich Schiller Wallenstein Regie Hannes Fischer Zuia N S S S S S